Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen aus nah und fern, im Namen der Veitskromer Zunft aus Traunstein möchte ich euch alle recht herzlich zu unserem diesjährigen Faschingszug begrüßen. Ich hoffe, ihr habt Spaß und ein Gaudi. Michaela, was habt ihr gemacht zur Vorbereitung von dieser Veranstaltung heute? Oh, einiges. Also seit einem Jahr sind wir am Vorbereiten. Angefangen vom Festzelt, Faschingszug aufstellen, Verpflegung, Proviant bis hin zu die Faschingszeichen. Ja, alles Mögliche. Ich habe gelesen aus der Presseinformation, es sind 50 Festwägen und Vereine da. Was sind so die weitesten, die da kommen? Also hinter uns steht gerade die Hauptattraktion, das ist der Drache. Woher der kommt, das weiß ich gleich gar nicht mehr so weit her. Also soweit reicht der Horizont bei mir nicht mehr. Die üblichen Verdächtigen sind Theisendorf, Waging, Freilatting, Kai. Der Herr Klügenhofer habe ich gehört, das ist einer von den Fanfarerern, einer von den Fanfaristen da. Wie viele sind sie insgesamt? Wir sind um die 15 Fanfarer und Trommler. Wie ist die korrekte Bezeichnung? Fanfarer? Ja, wir sind Fanfarenspieler, weil wir haben keine Pfeifelbaum dabei, also kein Spielmannszug, sondern wir sind nur mit Trommler und Fanfaden. Ja, Herr Oberbürgermeister Manfred Kösterke, Oberbürgermeister der großen Kreisstadt Traunstein, heute mal in ganz ungewöhnlicher Uniform. Herr Kesterke, ich habe gehört, Sie wollten eigentlich was anderes anziehen, wie dieser Sinnungszitteswandl jetzt. Ja, es war die letzten Tage etwas turbulent, was das Wetter angeht. Deswegen habe ich mir gedacht, heute ist es sinnvoller, ich komme als Bauhofleiter als als Oberbürgermeister. Da sollte man vielleicht einmal zeigen, wenn Sie sich mal umdrehen, was da tatsächlich geboten ist. Ja, jetzt Herr Oberbürgermeister, diese Veranstaltung da, die wird ja ausgerichtet von die Veitschromer und der Stadt Traunstein. Was bedeutet das jetzt für Sie, diese Co-Veranstalterschaft? Also der Faschingszug in Traunstein ist immer ein Magnet, auch wenn heute das Wetter natürlich nicht so ganz mitspielt, aber er ist für die ganze Region ein Publikumsmagnet und man sieht es ja auch, wie viele Gruppen von auswärts hier, trotz des schlechten Wetters, den Weg nach Trasch da gefunden haben. Deswegen war es auch wichtig, dass wir heute Vormittag, nachdem wir das Wetter überprüft gehabt haben, gesagt haben, wir ziehen den auf alle Fälle durch. Wir leben halt mal in Oberbürgermeister und all das so. Ja, eben. Im Winter ist ein bisschen mehr zu helfen. Ja, jetzt bei mir da ist der Herr Roman Windler. Das ist der Präsident, der Chef von den Veitschromer in Traunstein da. Roman, ich habe gehört, dass ihr jetzt sogar mehr als die gemeldeten, ursprünglich gemeldeten Wagen da habt. Ja, man sieht schon, dass trotz dieser widrigen Verhältnisse auch die Leute ruhig immer sein. Applaus 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 Herzlichen Glückwunsch! Das ist eine große Herausforderung! Applaus Es war ein schöner Nachmittag, Franz Gaudi und am Ende hat sogar der Fasching mich erfasst. Ich gebe es nicht gerne zu, aber auch bei mir ist der Fasching ausgebrochen. Ein schönes restliches Jahr noch. Wir sehen uns beim Gaudi Wurm 2010 in Traunstein. Auf Wiedersehen. Füße! Füße!